Wir wollen dann da oben stehen, wenn die Bayern schwächeln und nicht dann, wenn die Bayern schwächeln, zu sagen, wir sind jetzt nur Fünfter. Deswegen versuchen wir schon, unsere Leistung zu bringen, aber wir wissen auch, dass viel dazugehört, um am Ende der Saison ganz oben zu stehen. Und die Champions League ist schon so ein kleiner Kindertraum? Definitiv. Also ich glaube, jeder Fußballer träumt davon, irgendwann mal diese Hymne hören zu dürfen. Das war auch mein Wunsch, jetzt habe ich die Möglichkeit, das hoffentlich mit dem VfL zu tun.